ja hallo herzlich willkommen zu fast food manager heute gehen wir zurück in meine vergangenheit denn wie viele wahrscheinlich nicht wissen habe ich früher bei meckes gearbeitet als ich angefangen zu studieren ausgezogen bin und ich nebenbei hobbymäßig meinen youtube-kanal geführt habe das ist die original uniform von damals ja ich fühle mich hier drin häuslich ich fühle mich wohl egal willkommen zurück sie haben sich also entschieden fastmailer zu werden ja wird mega krass finanzielle unabhängigkeit wenn man nicht beim grott geht ehre ok alles klar ist auch generell die grafik ist im early access das ist die küche ich stehe schon drin ist das meine fastfood kette ich bin mir nicht sicher ok p eigentum wir haben 500 dollar wo auch wie nice diese arrows sind das design ich finde es immer geil wenn diese simulatoren nicht so zusammengewürfelt wirken sondern wirklich stringentes design haben aha und man kann dann immer krassere bude kaufen gut ja dann kaufen wir erstmal hier die kleine hütte so ein straßending so ein straßenstand ja das wirkt wie so eine gary smart leute dass sie fliegen so ein bisschen er freut sich aber richtig auf seinen job ok wo ist mein stand hier so ich habe schon generell wenig erwartung an so ein spiel ne aber es ist immer wieder beeindruckend oh müllsack ja hier in die tonne oder geil das ging ja einwandfrei oh hier ist die konkurrenz drunken grab grab ok da werde ich noch einen anschlag machen ja die oberigkeit dort drüben hier baut sich gerade eine konkurrenz auf ihr werdet noch sehen so es geht bei dir und und scho style sa ich dir da 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 ist es so ist es ja es klingt irgendwie japanisch oder so oder das letzte gut wir lassen nur in ruhe hauptsache verscheue ich mir nicht die kundschaft ne zum entfernen halten hier die bretter oder was sehr gut macht die pfütze entfernen wir auch ja oder was das ist dreck öl ausgelaufene softdrinks von drunken kräp der ist russe ich habe hier einen russen penner vor meiner filiale ich brauche dolmetscher so kaufen sie im laden kaffee milch Wasser zucker tassen eco market ja gehen wir doch rein oder was das für ne scheiße brauchen so kaffee und oh hier so tassen ne caps ah hier ist auch zucker geil also zucker na gut ah hier kaffee das ist ein kaffeeboden oder ja hier diamond water hier ist milch ja jetzt brauche ich noch tassen also ich habe ja ein wegbecher ich denke mal das meinen die ja es ist so ok nächste aufgabe kaufen sie im laden tische tischstühle kaffeemaschine naja was haben wir noch in der mall auf spandau alter c und t das ist ja ein und frei so ich brauche den billigsten tisch top wir machen nicht wieder denselben fehler wie bei toilet simulatoren wo wir uns komplett verkalkuliert haben bin ich ja ehrlich übrigens naja gutes video könnt ihr vorbeischauen oben rechts ja kommt mal jetzt hier ein stuhl so jetzt erstmal eine kaffeemaschine technoboom oh ja oh alter ein dönerspieß das ist verlockend hier kaffeemaschine easy wir fangen hier mit mcafee an ich meine max café versteht ihr ja geil ist max max doof max doof tisch hier so daneben Stühle genauso am straßenrand auch ohne geländer und gar nicht eigener bereich das ist ja einfach nur so wieso oooohh 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 wenn das zu nah bei dir steht sag er einfach ne ändern sie das aussehen des standes ja wir brauchen farbe max doof wir brauchen eine farbe oh miss kussi hat er gekotzt wir brauchen eine farbe die ins auge sticht rot Schöner kontrast danke ernie so hallo wir werden kaffee hallo neue bestellung kaffee und becher mit zucker nicht genügend glas nur du sollst keine scherben da rein tun nicht genügend glas was für glas die wollen alle kaffee was für glas egal wo ich draufklicke egal welcher button nicht genügend glas was für glas ich muss die sachen hier abstellen oh mein gosh wir haben offen kaffee in die maschine milch in die maschine wasser in die maschine was denn für nicht genug glas alter oh jetzt abfahrt kaffee schwarz oder kommt sofort ihr kaffee mein herr so kaffee mit milch jawohl kommt sofort was möchten sie ja bin gleich bei ihnen so der kaffee mit milch bitteschön waren sie ne zack so was möchten sie kaffee mit milch und zucker natürlich kommt sofort gewinne 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 so billiger 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 wieviel kaffees muss ich machen um 950 moment was so arbeitstag vorbei wir haben heute über 100 dollar gemacht es dauert wirklich sehr lange eine ewigkeit später so leute ich habe jetzt 20 stunden kaffee gebraut ich bin mental ein bisschen im ass aber wir haben 934 dollar und 25 cent und jetzt gehe ich erstmal pennen denn wir haben ja die aufgabe 950 dollar verdienen und dann können wir unser nächstes geschäft starten welches steht da nicht aber ich hoffe wir können dann endlich burger braten so abfahrt so dann ist es geöffnet und jetzt nochmal volle energie oh business man ey da müssen wir nochmal einmal mehr kräftig umrühren hier mit kokain so letzter kaffee los ja junge dame oh ah andere kunde zuerst nö reicht auch ich werde sie nicht mehr bedienen ich mache Schluss hier in den laden offline mission erfüllt verdienen sie 950 dollar kaufen sie einen stand für 550 rollengrill und grillpresse kaufen brötchenwürstchen senfmai geil wir können eine schöne wurstbude bauen ist geschlossen verpissen sich so den nennen wir äh futterluke futterluke war in der schwandauer altstadt mal lange jahre lang ein wirklich edles lokal kutscher und ich haben da oft äh würstchen genascht oh wieder signalfarbe ist ja klar ja und mehr gehen wir nicht aus logo logo so strong 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 wurst äh so ein falco ding scheiß der hund drauf oder so abfahrt das ding ist wenn man jetzt zwei läden hat ich kann mich ja nicht um beide kümmern also kann ich jetzt hier irgendwie leute einstellen warum steht da for sale ist mir nie aufgefallen mitarbeiter ja perfekt und den kann ich jetzt für max doof einstellen beachtung stellen sie sicher dass sie über alle notwendigen geräte und vorkehrungen verfügen um die nächste fahrze zu starten ja so sie werden heute mein lokal leiten ich hoffe sie haben eine gute ausbildung an sich sie müssen kaffee brauchen ich habe hier vollautomaten und äh ja hier vorne sehen sie die tische bitte halten sie den platz blank sonst machen die bullen wieder oh miss kussi ja da ist ein obdachloser neben der hat grad fast gebrochen ich mach ihm mal einen schwarzen kaffee vor so muss der aussehen machen sie ruhig mal ja ich bin jetzt mein kunde ja ich hätte gern kaffee ja wunderschönen guten tag was kann ich für sie tun was hätten sie gern lade machatto bisschen espresso doppelte oder einfache eine einfache kaffee schwarz im momenten mach ich ihn sofort Zucker Milch nur einen kaffee schwarz kaffee schwarz alles klar machen wir zum mitnehmen oder zum hier trinken zum hier trinken bitte alles klar so bitteschön lecker hm ja super danke ich geh mal weiter jetzt würde ich sagen also das ist ja ultra die kacke was ist das ja gar keinen sinn was ist das willkommen in meiner welt Alter so ich geh jetzt die bürstchen komm kannst weiter deinen scheiß machen so ja der arbeitet jetzt schön für mich ist ja ganz geil ne der verbraucht ja auch keine äh zutaten und so das ist ja win 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 situation ey ich baue hier immer unternehmerisch 1a äh stores auf ne hier an der Spandauer Meile so dann äh bereiten wir jetzt meine Würstchenbude vor also hier ist der Rollgrill am besten so ein bisschen angewinkelt oder? so und dann äh der die Grillpresse so Technik installieren check kaufen Brötchen Würstchen Senf, Mayo, Ketchup oh lecker ja ich mein ist noch nicht Burgerbraten aber nächste stufe da sind die Würstchen drin dann hier Hotdog Brötchen ja I guess oder? so und jetzt äh Mayo hier Dead Tomatoes das muss sein original mayonnaise Senf yo Mustard ja geil ich mein eines Tages werden wir auch so ein McRib oder so machen boah das war immer ne sauerwei McRib das hat immer durchgesifft dann haben die dann haben wir da damals 5 von gelagert oder so im Heizregal wenn ich mir überlege dass man dass das gegessen wurde widerliche scheiße soo das Geschäft ist eröffnet verdienen sie 1700 Dollar Marshall A Preissegment habe ich noch gar nicht beschlossen 4,50 4,50 machen wir mal 5 5 für den Hotdog schöne Hotdog Bude kommen sie kommen sie oh hallo haha oh sie wollen Hotdog ja klar äh Brötchen so und die Wurst jawoll kleinen Moment wann ist fertig die Zeit tickt ne ich muss wahrscheinlich immer welche auf Vorrat haben oder muss ich aufpassen wenn das rot wird oder so hallo oh äh Wurst in Brötchen scheiße ich schaff's nicht mehr so bitte scheiße ok ich leg schon mal zwei Hotdogs drauf ja und äh paar Würstchen oh Ideal mh 3 Sekunden Riegel gar kein Problem oh hallo Techno haha ja oh shit wann ist denn das soweit oh mein Gott so Wurst rein damit Ketchup rein Senf rein bitteschön 4,50 perfekt warum feuern sie hier äh Becher in meinen Laden sie wollen noch einen ich hab keine Würstchen mehr oh 3 Sekunden Regel ja ja hier wollen sie den äh hier lecker 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 verbrannt rein äh Senf oh shit das war jetzt zweimal egal so bitte sollte passen ne der Kunde ist zufrieden ich kann die verbrannten Dinger nehmen oh der hat den aber auch weggefeuert ne das macht keinen guten Eindruck der den kann man noch benutzen jo sie wollen einfach ne Wurst im Brot ey klar hier lecker lecker Junge ich kann die komplett verbrannte Scheiße andrehen ja ich brauch mehr Würstchen abfahrt ist ja geil ja gehen wir nochmal in Shopping Mall oh shit der Laden ist noch offen oi 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 ich kaufe mal ein bisschen Vorrat so abfahrt ja das werde ich vielleicht nicht mehr schaffen der will Hotdog mit Senf jetzt ist doch kein Hotdog das ist doch so wie heißt das wenn man die Wurst ins Brot steckt wie heißt denn das irgendwas mit Katze glaube ich wie heißt die Scheiße Wurst im da das ist es glaube ich hier Kettwurst hallo Kettwurst Kettwurst jawoll kriegen sie junger Mann hier lecker Kettwurst in deinen Maul lecker Kettwurst Kettwurst hier lecker original DDR Imbisswurst Ketchup mit Wurst ich leg schon mal drauf mach den Grill an hallo lecker 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 Kettwurst Kettwurst lecker lecker hier direkt aus Spandau Kettwurst aus der Spandauer Futterluke lecker Kettwurst lecker lecker Kettwurst lecker 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 junge Dame jawoll Ketchup Abfahrt hier locker auf die Hand für 4,50 kann ich die nicht irgendwie hier so fertige Wurste präparieren schon mal hinlegen dann mach ich hier den Apparat volle Möhre an lass das drehen so lege ich auch das Brötchen hier weg hier meine Arbeitsflächen sind ja sauber so ist es ja nicht lecker 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 Kettwurst Hallöchen lecker lecker Wurst im Brot mit Ketchup und Mayo Abfahrt legen wir hier die Würste hin schön auf die Theke nochmal lecker Würste drauf auf den Grill wir produzieren vor lecker 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 Kettwurst lecker Wurst Kommen sie frisches Hack äh geschlachtet vom Land hier Spandauer Schweine abgestochen ja gerne so hier im schwarzen Brot Schwarzbrot äh aus Jordanai frisch eingebacken so lecker Kettwurst frisch vom Schwein frisch geschlachtet abgestochen die Sau hat noch gezappelt Hausmacher Wurst bester Qualität Gütesiegel Spandauer Gütesiegel wer Wurst Brot und Schinken hat der wird nur alle Tage satt oh direkt unser neue Werbeslogan hat überzeugt sie bekommen eine extra Portion Senf in ihren Leib schieben sie es hinter die Binde mit Genuss Frau äh Schneider Kaufen sie Spandauer Wurst Futterluke der Spandauer Dauer Wurstfabrikant vom Land werden sie uns bald wieder tosten wisst ihr was ich werde mal hier eine richtig fette Wursttüte machen so dann mache ich Laden Ende tschüss oh shit ja das macht nix so dann gehe ich mit der richtig fetten Wursttüte hier zu Wladinochka und gebe ihm mal schön was zwischen die Beißer hier bitte Wurst gönn dir ne lass es dir schmecken ja 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 noch ne Wurst klar ich will nicht dass er nachher mich bedroht ich meine wir kennen es jetzt schon länger ist ein bisschen unheimlich nachher wird er irgendwie handgreiflich ich mache immer noch ne Wursttüte aber das Ziel ist hier ne Burger Burger ist generell das ist so eigentlich so die S-Klasse von Fastfood oder? so noch ne Wurstpackung so hier ist die Wurst ja liebe Freunde ich bedanke mich verabschiede mich ich glaube wir müssen einen zweiten Part machen hier passiert zu viel und wir haben ja noch einiges vor uns also wir haben hier ne Hütte für 720 und ein richtiges Restaurant siehts aus also ich denke mal Döner und Burger dann noch ich hab mega Bock schreibt gerne in die Kommentare ob ihr noch ein Part sehen wollen würdet und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video schau doch bei meinem zweiten Kanal vorbei Tschüssi und zwar Stylske und zwar Stylske